Wir kommen zum zweiten Vorkampf. Es ist ein Kampf in der Gütsklasse bis 65 kg. Der Junior über 3 x 2 Minuten. Hier stehen sich gegenüber in der Ecke rot für den Boxklub Wesel, Piotr Kametsky. Sein Gegner kommt für den Vorkampf von München in Gladbach. Es ist Edwin Keller. Der Referier des Kreises, Igo Kassi. Der Ring frei. Runde 1. Der Ring frei. 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 Ring frei, Hunde 3. 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 Sieger nach Punkt, wohl der Boxer aus der blauen Enkel, Evin Keller, Hauskämpfer, Mönchig-Kleppertag. So, liebe Boxsport-Kleppertag, das war's mit dem Vorkämpfen. Ich muss ganz kurz checken, ob die Teams bereit sind. Gebt mir der für, sagen wir mal, zehn Minuten.